so herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von art ist genau da ist das lied von au5 no blind der monster card wie liest bei monstercard uncaged genau das ist halt das lied und wie gesagt hier steht halt ist halt nicht von 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 ncs und steht doch nichts drin von wegen irgendwie dass das no copyright sound ist oder sowas von daher genau da muss man hier gucken die lizenz verwertungsgesellschaften ja wie gesagt von daher muss ich dann halt doch auf youtube vertrauen also auf die nachricht vertrauen bei mein studio also meine videos verwalte und da steht dass die verwertung auf youtube gegeben ist und dementsprechend konnte ich das machen ja also geiles lied links seht ihr hier oder so ähnlich genau dann wird das damit erstmal mit dem lied und dann gehen wir mal wieder rein bei die art ist da wo wir hingehören so ich bin mal gespannt wie viele kümmern wir jetzt noch immer noch vor uns haben in der folgen folge hatten wir noch die 700 noch fast dann haben wir noch fünf noch was aber nicht noch in der folge auch wieder eingeschritten kommt hier sehr cool ich meine vorige folge musste relativ naja langsam fahren weil wir da bei dem ein stück zu weit gefahren sind und dann über die nebenstraßen wieder auf die autobahn rauf mussten dann haben wir auch noch gepennt und so das heißt wenn wir da schon 350 kilometer geschafft haben meilen sollte man es jetzt auch locker schaffen natürlich so Nicht so bad at all. Nicht so bad at all. I've become a little stronger now. 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 You're casting on my promises. You know I'm too generous. Now I want to never let go. I've become a little stronger now. A little stronger now. A little stronger now. I'm going to go. 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 Das war's. 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 Das war. Das war's. 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 Das war's.